Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen COD-Video. Season 4 läuft noch ein bisschen, so lange ist sie jetzt noch nicht draußen und wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen warten, bis die nächste Season, bis Season 5 startet. Allerdings gibt es jetzt trotzdem schon Informationen zur Season 5 und zwar zum Teil von Activision selbst. Die haben ein bisschen was geteased, was sehr, sehr spannend ist. Es gibt Informationen von einigen Data Minern, die Daten in den Spieldateien gefunden haben seit dem letzten Update, Daten, die neu dazugekommen sind. Und es gibt tatsächlich auch ein paar Quellen innerhalb von Infinity Ward, die wohl irgendwie was an den Spielemagazinen geleakt haben. Und das gucken wir uns heute alles an. Wir gucken uns heute schon Informationen zur nächsten Season an. Bevor wir in die ganzen Informationen springen, ihr wisst Bescheid, lasst auf jeden Fall ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt und keine Videos zu COD verpassen wollt, keine Informationen zu COD verpassen wollt, würde mich sehr freuen, ist komplett kostenlos. Und ja, schauen wir uns die ganzen Informationen an und starten erstmal mit einer Sniper, die wir vielleicht bekommen mit der nächsten Season, mit Season 5. Eine Sniper, die gefunden wurde vom Data Miner Backdoor. Ich glaube, so spricht man ihn aus. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sein Tweet ist aber auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt. Klickt bei Twitter einfach auf Tweet übersetzen und dann wisst ihr ganz genau, was da Sache ist. Und der Data Miner, der hat ja einen neuen Codeschnipsel gefunden oder einen neuen Waffennamen gefunden, zu dem aber auch schon Texturen im Spiel sind und andere Daten und Hinweise zu diesem Namen. Das heißt, die Waffe wird gerade wirklich entwickelt und zwar ist das die SN-Romeo 700. SN steht für Sniper und Romeo 700 steht wohl wahrscheinlich für die Remington Modell 700. Das heißt, das ist eine Sniper, die wir vielleicht bekommen mit der nächsten Season. Ich muss persönlich sagen, dass ich tatsächlich nichts gegen eine weitere Sniper habe. Ich bin eigentlich kein großer Sniper-Fan und hatte immer das Gefühl, das macht mir keinen Spaß. Ich habe aber die Ritek AMR so ein bisschen gespielt, denn Warzone ist die absolut Sch***. Aber im Multiplayer macht die tatsächlich verdammt viel Spaß und ey, ich hätte Lust auf nochmal eine weitere Sniper. Und das hätte ich wirklich nicht gedacht. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass ja immer noch andere Waffen dazukommen und wenn eine von den neuen Waffen in Season 5 eine Sniper ist, dann glaube ich, würde das auf jeden Fall Spaß machen. Ein bisschen komisch bei dem Tweet von Bector ist das Bild, das er mit dazu gepostet hat. Das ist nämlich keine Remington, das ist eine Intervention. Da gab es auch schon Leaks vor einigen Wochen, da wurde auch was im Spiel gefunden. Allerdings kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass wir zwei Waffen bekommen. Ich denke, wenn wir eine bekommen, dann eher die Remington, weil das Ding ist auch frischer. Also da wurde jetzt gerade kürzlich erst wieder dran gearbeitet. Und ich denke, die Intervention wurde vielleicht verworfen oder kommt irgendwann in der Zukunft. Er hat jetzt in seinem Tweet auch überhaupt nichts dazu geschrieben, von daher weiß ich nicht genau, was da Sache ist. Mehr freuen würde ich mich über die Intervention. Ich habe das Ding in MB2 geliebt, aber ich denke, wenn wir eine Sniper bekommen mit der nächsten Season, dann wird es wohl eher die Remington. Dann wurde tatsächlich eine verdammt coole Funktion im Spiel gefunden, an der gerade gearbeitet wird, die auch ein bisschen was mit Waffen zu tun hat, bei der ich nicht verstehe, warum die jetzt erst kommt. Und zwar arbeitet Infinity Ward wohl gerade an der Waffenanschau-Animation. Das heißt, eine kleine Animation, die man triggern kann im Spiel, bei der der Charakter die Waffe dann hin und her bewegt und eben anschaut. Was halt verdammt geil ist, um Tarnungen und um Waffenskins anzuschauen. Auch ganz nice für Samtnis. Und das ist eine Sache, bei der ich nicht verstehe, warum die jetzt erst kommt. Das ist doch eigentlich mega geil, so eine Funktion, wenn man Waffen verkaufen will in einem Shop. Das heißt, ja, wenn man Skins dann im Spiel die ganze Zeit angucken kann, dann ist man doch eher irgendwie gewillt, weitere Skins zu kaufen. Das ist so meine Einschätzung, deswegen verstehe ich nicht, warum das jetzt erst kommt. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Das ist eine geile Funktion, eine Funktion, die ich hoffentlich auch in den nächsten Spielen nutzen kann. Eine Funktion, die von Anfang an hätte dabei sein müssen. Die Information, die kommt von verschiedenen Dataminern, auch wieder von Vector, der Typ, der die Remington gelegt hat, aber auch von irgendwelchen Dataminern, die mit Modern Warzone zusammenarbeiten. Das heißt, das wurde von verschiedenen Leuten bestätigt und könnte eben auch mit dem nächsten Update kommen, mit dem nächsten großen Update kommen, mit Season 5. Vielleicht auch ein bisschen später, vielleicht sogar ein bisschen früher. Aber es ist einfach schön, dass da was gemacht wird. So viel jetzt zu den ganzen Waffen. Jetzt gucken wir uns mal die Warzone-Map an und gucken uns an, was da vielleicht gemacht wird, was da vielleicht kommt in Season 5. Und da haben wir verschiedene Quellen, die verschiedene Informationen rausgehauen haben. Zum einen eben Activision selbst, die ein Bild veröffentlicht haben, auf dem man schon Änderungen sieht, die in der Zukunft kommen, die jetzt gerade aktuell noch nicht mit dabei sind. Es ist so, dass Geeky Past Times, ein Dataminer, einige Informationen gefunden hat zu Map-Änderungen, die kommen. Und das Spielemagazin VGZ hat ein paar Informationen zugespielt bekommen, direkt von Leuten, die bei Infinity Ward an MW arbeiten. Das heißt, wir haben von verschiedenen Quellen verschiedene Informationen. Und die, ja, sprechen alle so ein bisschen über das, was gemacht wird mit der Map in der nächsten Season, in Season 5. Und wir starten erstmal mit dem Bild, das ganz offiziell von Activision veröffentlicht wurde. Das seht ihr jetzt gerade im Hintergrund. Auf den ersten Blick sieht man da vielleicht nicht wirklich was Spezielles. Das ist halt einfach so ein Werbebild, das immer wieder veröffentlicht wird. Wenn man genau hinschaut, auf den zweiten Blick, kann man aber sehen, dass was am Stadion gemacht wurde. Und dass irgendwas mit dem Stadion gemacht wird und dass das geöffnet wird, das wissen wir schon relativ lange. Es wurden immer wieder Hinweise gefunden im Spiel, schon lange vor Season 4. Mit Season 4 ist jetzt aber noch nichts passiert, aber es passiert wohl was mit Season 5. Also die haben jetzt einfach schon Map-Updates geteased mit einem Bild für Season 4, die dann aber mit der nächsten Season kommen mit Season 5. Alles ein bisschen verrückt. Aber beim Stadion kann man auf jeden Fall sehen, dass da einige Fenster offen sind und dass da jetzt irgendwas drinnen ist und dass man da rein kann. Das heißt, da gibt es verschiedene Stockwerke, in denen man sich bewegen kann. Ich denke nicht, dass das komplette Stadion begehbar ist. Ich denke eher, dass es so kleine Abschnitte gibt und dass man da rein kann und sich da bewegen kann. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man überall rein kann, weil das wäre einfach ein riesiges Gebäude, in dem dann alle campen. Das kann ich mir nicht vorstellen, aber ich denke, Teile davon werden auf jeden Fall offen sein. Und wie es aussieht, wird man vielleicht auch wirklich reingehen können in die Mitte vom Stadion. Man sieht nämlich auf der rechten Seite durch das eine Fenster so ein bisschen Himmel durchspitzen. Das heißt, das Stadiondach ist anscheinend auch offen. So sieht das auf jeden Fall für mich aus. Sieht für mich so aus, als wäre da eben ein Kreis geöffnet worden und dass man da wahrscheinlich rein kann. Was wir auch wissen durch das Bild ist, dass man sehr wahrscheinlich auf das Stadiondach kommt und halt nicht irgendwie, indem man drauf landet oder mit Helikoptern, was jetzt natürlich auch schon funktioniert. Aber es ist so, dass es auf der linken Seite bei dem Bild oben auf dem Stadion so eine gelbe Seilwinde gibt, so einen gelben Seilzug. Und ich denke, da ist einfach ein Seil nach unten gespannt. Da kann man wahrscheinlich hin und diese Hochseilanimation starten, die man auch in den ganzen Hochhäusern oder bei einigen Hochhäusern in Downtown starten kann. Das heißt, damit kommt man wahrscheinlich auch nach oben und kann dann irgendwie versuchen, einen Camper wegzuholen, die da oben vielleicht campen. Und ich denke, das wird nicht der einzige Seilzug sein. Ich kann mir vorstellen, dass auf dem Stadion oben ein paar verteilt sind und dass man von verschiedenen Stellen nach oben kann. Hört sich an sich ganz cool an. Ich glaube nicht, dass das Stadion dadurch irgendwie ein geiler Landeplatz für mich wird. Aber ich finde cool, dass sie was an der Map machen. Und ich hoffe, dass das der Anfang ist von ganz vielen Map-Veränderungen und auch von großen Map-Veränderungen, dass uns da noch ein bisschen mehr erwartet. Und ein bisschen mehr erwartet uns auf jeden Fall noch, wie es aussieht. Und zwar erwartet uns noch was mitten im Zug, was sich auch sehr spannend anhört. Angefangen hat die ganze Zug-Sache mit Season 4. Da wurden neue Bahnstrecken gelegt. Die kennt ihr natürlich auch schon. Es gibt diesen Tunnel mit der Bahnstrecke vor Hospital. Und es gibt jetzt eine neue Bahnstrecke, die einen Kreis bildet auf dem Großteil von der Warzone-Map. Und da könnte eben ein Zug die ganze Zeit im Kreis fahren. So wie das zum Beispiel auch bei Apex Legends der Fall ist auf einer Map, wo eben ein Zug über die Map fährt, bei dem man mitfahren kann, wo es guten Loot gibt und so weiter. Und das könnte eben auch zu Warzone kommen. Und es könnte eben sein, dass es jetzt mit Season 5 der Fall ist. Und das liegt daran, dass jetzt mit dem letzten Update, mit dem Mid-Season-Update für Season 4, nochmal weitere Daten zum Zug hinzugefügt worden sind. Daten, die man braucht, wenn dieser Zug die ganze Zeit über die Map fährt. Und zwar sind irgendwie Sounds hinzugefügt worden, die der Zug macht, wenn er durch einen Tunnel fährt. Und es gibt irgendwie Kollisionsdaten, die wahrscheinlich beschreiben, denke ich, was passiert, wenn der Zug mit irgendwas zusammenkracht. Wenn eben ein Auto auf der Map steht, wenn ein Laster auf der Map steht oder wenn da ein Mensch rumsteht. Und dass der Zug das dann eben auf die Seite schieben kann oder den Typen überfährt, das sind natürlich Daten, die man braucht, wenn dieser Zug wirklich auf der Map im Kreis fahren soll. Und ich denke, sowas wie diese Kollisionssache ist wahrscheinlich was, was relativ am Ende gemacht wird von der Entwicklung. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass dieser Zug eigentlich schon fertig ist und deswegen mit Season 5 wirklich dazukommen könnte. Ich denke, Infinity Ward hat den wahrscheinlich schon am Laufen bei sich, bei ihrer Version. Die sind natürlich immer einen Schritt weiter. Und das ist ja auch der Grund, warum immer wieder Codeschnipsel irgendwie in der Version zurückbleiben, die dann letztendlich veröffentlicht wird als Update. Dann ist es so, dass diese ganzen von Dataminern geleakten Informationen auch nochmal bestätigt worden sind von VGZ, einem Spielemagazin, die anscheinend eine Quelle bei Infinity Ward haben. Und die Quelle hat denen nochmal bestätigt, dass man wirklich ein Stadion kann und dass da was passiert mit der nächsten Season. Und die Quelle hat auch nochmal bestätigt, dass da irgendwie ein Zug kommen soll und dass der wohl als Loot-Zug irgendwie die ganze Zeit über die Map fährt. Was sich schon spannend anhört. Und dadurch haben wir jetzt eben eine Bestätigung von den Dataminern, die was gefunden haben und nochmal eine Quelle irgendwie bei Infinity Ward. VGZ meint dann außerdem, dass noch andere Map-Änderungen kommen und dass mit Season 5 große Map-Änderungen vorgenommen werden. Das heißt, Season 5 könnte noch mehr bekommen als diesen Zug und als das Stadion, in das man rein kann. Und Season 5 könnte eine wirklich wichtige Season sein für Warzone. Das könnte eben die erste Season sein, bei der wirklich große Veränderungen an der Map vorgenommen werden. Und da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Bis zu Season 5 ist es natürlich noch ein bisschen hin und ich kann mir gut vorstellen, dass bis dahin nochmal weitere Informationen auftauchen, dass bis dahin vielleicht noch was gelegt wird. Und sobald wir weitere Informationen haben zu Season 5, werde ich euch darüber informieren. Lasst deswegen auf jeden Fall ein Abo da und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Für weitere Call-of-Duty-Videos lasst auch ein Abo da. Wir sehen uns wieder zu einem neuen Video. Macht's gut, bis dahin. Aber wie steht, führt was sollt ihr in die Bewertung da moving rein? Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis zum nächsten Mal.